...Morin zu ignorieren. Sieh an, sieh an, sieh an! Wer hat sich denn da entschlossen, ein fairer Sportsmann zu sein? So viel zu blute Morin. Hey, Archie! Ja, Freunde, wisst ihr was? Dieser Mann hat mich schon immer inspiriert. Ach, komm schon. Nein, im Ernst! Immer wenn ich einen neuen Jingle schreibe und das Gefühl habe, dass ich schlecht bin, stelle ich mir die Frage, wie hätte Charlie Harper ihn komponiert. Und wenn ich an die Antwort denke, komme ich mir vor wie ein Weltmeister. Charlie, möchtest du uns nicht vorstellen? Mom, Archie, Archie, Mom. Sie sind Charlies Mutter? Oh, eine Teenager-Schwangerschaft, kein Zweifel. Wie mutig, dass Sie überhalten haben. Sie sind ja ohne Affen. Mom, Archie ist in derselben Kategorie nominiert wie Charlie. Oh, ich werde für Sie Stimmung machen, Archie. Also danke, dass du bekommst. Viel Glück. Du hast es dieses Jahr verdient. Danke. Ich meine, wie oft haben Sie dich schon übergangen? Ich zähle nicht mit sieben Jahren. Sieben Jahre. Wenn du es sagst. Hey, warten Sie nach der Verleihung auf mich. Wenn ich gewinne, dürfen Sie meine Trophäe erhalten. Ganz zu schweigen von der kleinen Statue, die ich gewinne. Ist die kleine Statue nicht ein Problem? Ist ein Hähnchen. Für uns, wenn Sie die Trophäe verleihen, haben wir noch eine besondere Überlachtung. Das ist ein bisschen nicht so. Unser Lieberkater als Träger wird uns einen nominierten Beitrag präsentieren, den ihr für das Programm der Vereinten Nationen in der Schweiz komponiert hat. Das ist ja kein Bein. Archie, Broadway. Hast du in der Schweiz? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.